Nach langer Zeit reagieren wir mal wieder auf Maestro, auf Attila. Er hat aktuell sehr problematische Videos auf seinem Kanal. Er sieht diesen ganzen Nahostkonflikt aus einer problematischen Perspektive. Emotional kompromittiert haut der Text raus, wo ich sage, unmöglich. Also ich glaube einfach, dass er komplett falsch abgebogen ist. Ihm geht es ja nicht um die Klicks. Also es gibt viele, denen geht es um die Klicks, klar. Wenn man Free Palestine ruft, kriegt man viel mehr Klicks als jemand, der sagt, ich stehe hinter Israel. Also der kriegt höchstens Morddrohungen den ganzen Tag wie ich. Jetzt hat er ein Video, die Liste. All diese Kinder sind in Haft in Israel. Also erst mal, wir müssen die Kinderdefinition anlegen. Das wird immer gerne gesagt. Ich glaube, ab 12 kann man inhaftiert werden. Gibt es aber, gibt es aktuell gar keine. Nach meiner Kenntnis sind, wie viele sind in Haft, eine niedrige zweistellige Zahl an 14- und 15-Jährigen. Unter anderem, also gar keine 13- und 12-Jährigen. Unter anderem, ist ja auch bei uns übrigens so. Wir haben ja auch Jugendstrafrecht und kannst du, bei uns können ja auch 14-Jährige und sind auch 14-Jährige und 15-Jährige in Haft. Versuchter Totschlag, versuchter Mord und solche Sachen. Und das gibt es ja auch gerade in Israel. Wenn dann Molotow-Cocktails geworfen werden auf Menschen. Dann wird das, bei uns wäre das versuchter Totschlag oder versuchter Mord. Zinnika, danke schön. Brandstiftung steht dann. Also Israel, Bushrat ist auch noch sehr harmlos. Ich kenne die Liste aufgrund der Liste der Terroristen, die freigelassen werden. Also das sind so Menschen, die sich in die Luft gesprengt haben oder versucht haben. Menschen, die mit Messern auf Menschen los sind, sie niedergestochen haben. Solche Leute sind da aktuell, die eingetauscht werden gegen die Geiseln. Also es sind jetzt hier nicht, dass hier Zivilisten oder irgendwelche Geiseln in Israel freigelassen werden, sondern es sind Terroristen, die freigelassen werden, auch Hamas-Mitglieder. Und danke, Six Reason. Und jetzt schauen wir einfach mal rein, was er so sagt. Was geht ab, Salam, Aleikum und herzlich willkommen zu einem neuen... Willkommen, Salam, Video. Es ist endlich passiert. Das, wofür wir so lange gekämpft haben, eine Waffenpause, eine Waffenruhe... Wer hat dafür gekämpft? Also aktuell hat Israel dafür gekämpft, indem sie gegen die Hamas vorgegangen ist und so viel Druck erzeugt hat, dass Geiseln freigelassen werden. Ich glaube, niemand in Deutschland hat für so eine Waffenruhe gekämpft. Ich habe nämlich keine Demos gesehen, wo laut die Befreiung der Geiseln gefordert wird. Sondern immer nur eine einseitige Waffenruhe, damit die Hamas sich neu formieren kann. Also das finde ich ja schon ein bisschen anmaßend. Auch wenn es nur eine Vorübergehende ist, ist jetzt vereinbart worden zwischen der Hamas und Israel. Und obwohl weite Teile der deutschen Regierung dagegen waren, so wie eine Annalena Baerböck... Nein, was sagt der Baerböck? Ey bitte, nicht wie Carsten Stahl den Namen falsch aussprechen. So wie eine Annalena Baerböck, die immer... Ey komm, bitte, mach das doch nicht absichtlich. Das ist der Take von Carsten Stahl. Erstmal, und ich muss sofort wieder unterbrechen. Annalena Baerböck war nicht gegen eine Waffenruhe. Olaf Scholz war nicht gegen eine Waffenruhe. Sie haben nur gesagt, eine einseitige geht nicht, wenn die Geiseln nicht freigelassen werden. Sie haben gesagt, Geiseln müssen freigelassen werden. Man muss sich einfach richtig informieren. Finde ich halt wieder, es ist so... Das ist halt Framing. Das gehört sich nicht. Das ist die Unwahrheit. Wie der gesagt hat, dass sie explizit gegen eine Waffenruhe ist. Wenn keine Geiseln freikommen. Feiert es jetzt und nennt diese... Er lässt es weg. Er lässt es einfach weg. Und damit lügt er. Waffenpause, einen Durchbruch. Okay, vielleicht feiert sie... Tja, sie feiert es, weil... Es ein Durchbruch ist, weil Geiseln freigelassen werden. Das war ihr Ziel. Annalena Baerböck und Olaf Scholz wollten eine Waffenruhe, aber wollten, dass die Geiseln freigelassen werden. Er ist als Durchbruch auch nur deswegen, weil israelische Geiseln freikommen. Und das finde ich gut. Ich freue mich, wenn Zivilisten, wenn unschuldige Menschen zurück zu ihrer... Er schreibt, Leute, denke, er weiß es nicht. Dann soll er sich informieren, es langt doch einfach langsam. Es nervt mich doch auch. Vor allem, er hat eine riesige Reichweite. Er hat eine Reichweitenverantwortung. Die Leute, die ihn schauen, die glauben den Mist. Das waren die ersten 36 Sekunden, war es Quatsch. Und ich hoffe, dass der gesamte Krieg bald ein Ende findet und Freiheit für alle unschuldigen Bürger ermöglicht wird. Aber... Genau. Und deswegen muss man die Hamas zerstören und den Gaza-Streifen sowas wie entnazifizieren. Das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten hat Israel ja keine Sicherheitsgarantie. Zu der jetzigen Situation gibt es ein bisschen mehr zu sagen und ich habe das Gefühl, dass das eine oder andere vielleicht ein bisschen nach euch vorbeigerutscht ist. Und deswegen möchte ich in diesem Video drauf eingehen. Der Deal sieht folgendermaßen aus. Es gibt eine Waffenpause. Und on top werden palästinensische Gefangene von Seiten Israels freigelassen. Es werden Terroristen freigelassen. Menschen, die in Haft sitzen wegen terroristischer Straftaten. Es sind nicht nur Gefangene. Es sind also nicht sowas wie Geiseln. Es sind Terroristen. Mitglieder auch der Hamas. Auch Junge, weil die Hamas auch Kindersoldaten hat. Im Austausch gegen Geiseln, also israelische Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden. Okay. Gut. Gut, dass er Geiseln betont und beim anderen von Gefangenen spricht. Ich finde es nicht hart genug, aber den Unterschied im Gegensatz zu unseren Öffentlich-Rechtlichen, wie ZDF zum Beispiel, unterscheidet er hier. Das ist schon mal gut. Das schafft das ZDF leider nicht. Der spricht dann von Geiseln in Israel. Okay. An dieser Stelle muss man sich fragen, was für Gefangene? Was für palästinensische Gefangene? Weil das ist ja eine Sache, die bis jetzt noch nicht so weit thematisiert worden ist. Also habe ich mich eingelesen. Und zu Beginn möchte ich auf einen Artikel von Amnesty International eingehen. Fälle von Folter palästinensisch... Oh nee, bitte nicht den Quatsch. Amnesty ist doch in Bezug auf Israel keine seriöse Quelle. ...gefangener und Zunahme willkürlicher Festnahmen. Mit Festnahme wird auch Befragung. Also es sitzen so wenige in Haft. Israelischen Behörden haben die Verwaltungshaft gegen Palästinenser und innen im gesamten besetzten Westjordanland drastisch ausgeweitet und Notmaßnahmen verlängert, die eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung von Gefangenen erleichtern. Zudem haben die Behörden es versäumt, Nennt sich Kriegsrecht, glaube ich. ...Fälle von Folter und Tod in der Haft in den letzten vier Wochen zu untersuchen. Seit dem... Also Moment mal. Also es sind jetzt nur Vorwürfe und kein Beweis. Man hätte es nicht untersucht, was vorgeworfen wird an Vorfällen. Okay. ...Haft in den letzten vier Wochen zu untersuchen. Seit dem 7. Oktober haben die israelischen Streitkräfte nach Angaben des palästinensischen Gefangenenclubs mehr als 2200 palästinensische Männer und Frauen inhaftiert. Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation haben Moket stieg die Gesamtzahl der PalästinenserInnen, die zwischen dem 1. Oktober und dem 1. November ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in Verwaltungshaft gehalten wurden von 1300... ...Nennt sich, glaube ich, U-Haft. ...1919 auf 2070. Aussagen von freigelassenen Häftlingen und MenschenrechtsanwältInnen sowie Videoaufnahmen und Bilder veranschaulichen einige Formen von Folter und andere Misshandlungen, denen Gefangene in den letzten vier Wochen durch israelische Streitkräfte ausgesetzt waren. Dazu gehören schwere Schläge und Demütigungen. Die Gefangenen wurden unter anderem gezwungen, den Kopf gesenkt zu halten. Ja, aber das Interessante ist ja hier, es wird ihnen ja nur vorgeworfen, dass es nicht untersucht wird. Ansonsten, also sie sagen, in den letzten vier Wochen wurde es nicht untersucht. Das bedeutet auf gut Deutsch, es wurde immer untersucht und man ist dagegen vorgegangen. Das sagt der Text. Der Text sagt also, üblicherweise geht Israel gegen Folter vor, weil das Auswüchse sind, die nicht angeordnet sind, sondern die auf Einzeltäter zurückzuführen ist. Das ist die Logik aus diesem Satz. ...Erzählung der Gefangenen auf dem Boden zu knien und israelische Lieder zu singen. Trinkgeld von Sven Recker Auch wenn es nervt, mache weiter, damit die sich nicht durchsetzen. Fünf. Dankeschön. Und zu den, vielen Dank für die fünf Euro, zu diesen israelischen Liedern. Das wurde den Israelis unterstellt, das kann ich euch gerne zeigen. Da geht es unter anderem um Hamas-Leute, die am 7. Oktober festgenommen wurden, die gemordet haben. Und davon hat man einige gefangen. Man hat sie nicht umgebracht, sondern sie wurden gefangen. Und da gibt es Aufnahmen. Da wird zum Beispiel dieses israelische Kinderlied. Das wurde abgespielt. Und das macht man laut, damit die sich nicht untereinander unterhalten. Sondern man hat sie die Augen verbunden, sie mussten sich hinknien, das waren gefangene Terroristen. Und natürlich hat man sie entkleidet den weiten Teilen bis auf die Unterhose, damit man schauen kann, ob sie Sprengsätze oder sowas bei sich haben. Und das sind Leute, die am 7. Oktober geschlachtet haben. Und sich darüber aufzuregen, das finde ich schon sehr problematisch. Warum zeige ich euch das jetzt? Denn die Informationen, die ihr gleich kriegen werdet, könnten vielleicht den Eindruck erwecken, dass wahllos Menschen und Minderjährige und Kinder verhaftet worden sind. Und da könnte vielleicht... Das ist nicht der Fall. Die Frage bei euch aufkommen, hä? Also, das hätte man doch mitbekommen. Und ich habe euch das jetzt nur eingeblendet, damit ihr mitbekommen, Amnesty International, also deren Wort hat Gewicht... Nein. 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 Amnesty International hat so gut wie kein Gewicht, weil sie aufgrund schon ihrer, ihres letzten Berichtes, sich komplett klamiert haben und es international abgelehnt worden ist, weil es halt Schwachsinn ist, wie sie definieren. Selbst israelkritische Korrespondenten sagen, dass Amnesty International nicht ernst zu nehmen ist. Man schaut sich gewisse Sachen an, natürlich, aber was AI da von sich gibt, sehr problematisch. Ich meine, selbst eine andere umstrittene Organisation wie Human Rights Watch, die haben es jetzt erst nach einem Monat geschafft, zuzugeben, dass auf diesem Al-Ali-Krankenhaus ein Dschihadisten, eine Dschihadisten-Rakete gelandet ist. Also auf dem Parkplatz. Ihr könnt auch gerne mal nachgoogeln, was sowohl Human Rights Watch und Amnesty International in Bezug auf anti-israelischen Lobbyismus, so alles, ja, was da so im Hintergrund lief. Korruption und so. Die haben auch schon darauf hingewiesen, so wie viele andere Menschenrechtsorganisationen auch. Also das ist ein offenes Geheimnis, besser gesagt, es ist gar kein Geheimnis, es ist gang und gäbe und es ist offenkundig, also ihr alle könnt es nachlesen. So, jetzt hat die israelische Regierung eine Liste veröffentlicht, eine Liste mit 300 palästinensischen Inhaftierten. Das sind nicht alle Inhaftierten, wie wir gerade gehört haben. Ne, das sind die, die eingetauscht werden. Es ist aber interessanterweise bei der Liste, ich kenne die Liste, die Mehrheit der Minderjährigen gefangen sind, nämlich keine Kinder. Also bei uns nennt man es, es sind Jugendliche. Jugendliche. Trinkgeld von Kalisto. Danke Kalisto. Mach weiter, so Tobias. Vielen Dank. 20. Es sind Jugendliche, die auch Mitglied der Hamas sind. Viele. Oder der Fatah. Aber das ist ein Teil, wo Israel sagt, die kommen in Betracht, die würden wir freilassen. Und die haben nicht nur die Namen veröffentlicht, sondern auch Alter, Tag der Inhaftierung, was ihnen vorgeworfen wird, wann es ihnen vorgeworfen worden ist. Genau. Genau. Das macht Israel. Sie machen ordentliche Prozesse. Die sind auch transparent. Und nicht zum Beispiel wie diese beiden Palästinenser, die vorgestern ihren Prozess bekommen haben in Westjordan, die eine Gruppe von Menschen, einige hundert, totgeschlagen hat, dann ihre nackten Leichen aufgehangen haben, sie bespuckt haben, sie dann durch die Gosse gezogen haben, durch die Straßen gezogen haben, mit der Begründung, sie hätten Kontakt nach Israel oder jüdische Freunde oder irgendetwas. Man sagt dann immer Agenten, das ist natürlich Quatsch. Und danach hat man die Leichen im Mülleimer entsorgt, im Müllcontainer. Ja, da hat sich übrigens keiner drüber aufgeregt. Etc. und pp. Hier sehen wir einen Bericht von NTV, wen Israel gegen die Geiseln tauschen würde. Für die Freilassung von 50 Geiseln aus den Fängen der Hamas will Israel 150 palästinensische Gefangene austauschen. Das Justizministerium veröffentlichte nun eine Auflistung möglicher Kandidaten. Genau, sie wollen vor allem die Minderjährigen loswerden, weil sie auch bei einigen sagen, sind die Haftstrafen auch zu kurz. Das ist ja klar, dass sie dann erstmal, Israel will ja nicht die Top-Terroristen rauslassen, sondern die, wo sie sagen, das sind Vergehen und keine Verbrecher. Die meisten von ihnen sind minderjährig. Und hier ist die Liste auch verlinkt. Und wir klicken drauf. Und hier landen wir auf der offiziellen Seite von Israel. Seht ihr hier. Ich aktualisiere nochmal. Okay, und jetzt übersetze ich die Seite mal auf Deutsch. Öffentliche, veröffentliche, gut, das ist halt schlecht übersetzt. Zum Regierungsbeschluss 1077, Freilassung von Gefangenen aus Gründen der Verwaltung, der Außenbeziehungen und der Sicherheit des Landes. 300 Einträge. Hier seht ihr Name, Geschlecht, alles. Warum? Einzleiten zu den Straftaten, organisatorische Zugehörigkeit, ne, alles. So, die Liste ist lang. Genau, hier organisatorische Zugehörigkeit, Alter 17, Mitglied der Hamas. Genau. Und der hat Unterstützung von Terrorismus, schwere Körperverletzung, Sachbeschädigung und Einsatz von Waffenmunition oder Sprengstoff. Ja. Übrigens sogar vor allem Zivilgericht. Interessant. Normalerweise ist auch Militär Zuständigkeit in weiten Teilen. Aber hier ist ein Zivilgericht zuständig gewesen. Ihr seht, hier unten geht es weiter, es gibt mehrere Seiten. Genau, Unterstützung von Terrorismus, Angriff auf Polizeibeamten, Versammlung oder Vereinigung, das ist also Terrorismus, Körperverletzung und wieder Umgang mit Waffen, Munition, Sprengstoff. Überleger, Dankeschön. Und diese Liste habe ich mir besorgt in Form einer Excel-Tabelle mit schönem Dropdown-Menü, damit du dir ordentlich angucken kannst, wie ist die Liste aufgebaut, wer ist da alles drin, etc. pp. Ich verlinke euch übrigens diese Tabelle in der Beschreibung. Das ist ein Link, den ich aus Reddit habe. Ich hoffe, der bleibt online. So, hier haben wir die Jüngsten sind 14, 15, 16, 17 und so weiter. Ich finde die Liste, ich muss, ich gehe mal, ich öffne sie mal, ich hole sie mir mal selbst. So, dann gehen wir doch mal selbst rein in die Liste bevor er da, so, dann sehen wir nämlich glaube ich auch die Mitgliedschaften, wo sind sie, ich mache mal den Namen größer, das hier, na, geht natürlich nicht großartig, doch, hier ist die Organisation, Hamas zum Beispiel, aber jetzt muss ich das alter, fangen wir mal bei den jungen Leuten an. Wir werden einfach mal sortieren, was bringen wir denn die, hier die alten Leute hier unten drunter, wo haben wir es denn hier, Leute 50 oder sowas, also, so, also, wir haben darunter 5 14-Jährige, was haben wir hier, okay, versuchter Totschlag, sogar ein Mädchen, eine 15-Jährige, Terrorismus versuchter Totschlag, dafür würde man auch in Deutschland im Knast landen, in jedem Rechtsstaat landest du für versuchten Totschlag im Knast und bei Steine werfen wahrscheinlich in einem Gesamtpaket, wir können darüber diskutieren, aber hier gibt es immer wieder Verbindungen zum Terrorismus, wurde ja offensichtlich untersucht und deswegen werden solche Leute natürlich dann auch freigelassen. Das ist ja irrelevant, ich finde das schon eigentlich heftig, dass jemand wegen versuchten Totschlag freigelassen wird und auch Mitglieder hier, der Hamas, ein 16-Jähriger, der eine Bombe platziert hat, Bombe, Bombe und Waffe, Terrorismus. Oder hier ein 16-Jähriger, Hamas-Mitglied, wieder Bombe oder Explosives, also Waffe, Hamas, 16. Und hier ein paar minderschwere Sachen mit Steinen, aber da sind dann auch oft diverse Straftaten, also wir reden hier First Charge, Second Charge, Third Charge, Fourth Charge, Fifth Charge, bis hinten, die Leute also, die diverse Straftaten angesammelt haben. Und ein 16-Jähriger mit einer Bombe ist kein Kind, sondern ist ein Terrorist. Hier die Liste, hier ist der Name, das Geschlecht, das Alter, die Organisation, also ob sie Hamas-Mitglied sind, ob man ihr nachweisen kann, dass sie Hamas-Mitglied sind, oder zum palästinensischen islamischen Dschihad gehören oder sonst was. First Charge, also das, was ihnen als allererstes vorgeworfen wird, hier ist die schwerwiegendste Tat, zweite, dritte, vierte, fünfte, geht weiter bis Nummer 10. Und am Ende sehen wir hier auch noch die Gefangenennummer, Geburtsdatum, ob israelische Bürger oder nicht, ob nur in Haft oder auch schon verurteilt. Na gut, israelische Bürger, klar, ich gehe davon aus, dass da kein einziger israelischer Bürger dabei ist. Schauen wir doch mal, wo haben wir es denn hier, so, no, 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 ist kein einziger israeli dabei, natürlich nicht. So, ach, hier gibt es noch mal eine Zuordnung, noch mal zur Organisation und so weiter. Detained. Ah, und hier unterteilt nochmal Militärgericht oder Zivilgericht. Tag der Verhaftung. Und am Ende habe ich hier hinzugefügt, das wird es bei euch nicht geben, Alter bei Verhaftung. Hier habe ich die Differenz der Tage berechnet zwischen Geburtstag und dem Tag des Arrests und das natürlich durch 364 geteilt und so kommen wir auf das jeweilige Alter. So, an dieser Stelle. Das ist übrigens schön, dass er das gebaut hat. Da siehst du nämlich, das sind alles keine, die 12 oder 13 sind. Finde ich schon mal gut, dass er das hingekriegt hat. Dass er das auch so gemacht hat mit so einer, mit einer Berechnung. Obwohl man, glaube ich, ab 12 inhaftiert werden kann in Israel. Offensichtlich wird das nicht gemacht. So, an dieser Stelle kann man bei den Vorwürfen, die erhebend worden sind, also warum sie verhaftet worden sind, natürlich nicht nachprüfen, ob es natürlich stimmt. Nur weil die israelische Regierung jetzt sagt, dass irgendjemand festgehalten hat, der ist von der Hamas, der nicht, der ja. Ja, aber die Prozesse sind doch öffentlich. Und die Akten sind auch öffentlich. Attila, du denkst doch wohl nicht, wenn da irgendwas gemauschelt ist, dass das nicht öffentlich wird. Die palästinensische Autonomiebehörde würde das doch sofort veröffentlichen. Auch die Hamas würde das veröffentlichen. Die würden alle durchdrehen. Das sind Gerichte. Die Leute wären ja nicht ohne, die wären nicht ohne Prozess dort inhaftiert. Das sind alles Leute, die einen ordentlichen Prozess hinter sich haben. Denn ich kann man auch noch nicht nachvollziehen, ob dieses Kind wirklich... Das ist kein Kind. Das ist Framing. Das sind Jugendliche. Es sind Jugendliche mit Beziehung zum Terrorismus. Und mit Straftaten. Teils sehr schwerwiegenden Straftaten. Bei Steine werfen können wir vielleicht diskutieren. Aber das ist halt dann israelische Politik. Und diese Leute sind auch nicht lange dann in Haft. Der Hamas zugehört oder nicht. Aber dennoch. Ich möchte hier so objektiv und so positiv bleiben, wie es nur geht. Dann nennen Sie bitte nicht Kind, sondern nennen Sie Jugendliche. Weil es ansonsten... Sonst bekommen wir dort das... Wie ein Bild von den Kindern, die bei Al-Aqsa-TV auftreten und sagen im Alter von sechs, sieben, dass ihr größtes Ziel sei, Juden umzubringen. Also was machen wir? Wir gehen hier ganz nach links und bei Organisation nehmen wir die Leute, die angeblich... Und Leute, die gerade reinschreiben, ob die Hamas deutsche Prozesse machen. Das ist aber eigentlich dann am Ende doch schon egal. Wir haben ja den Maßstab des Rechtsstaates und wir wissen ja alle, dass wir hier nicht mit Waterbautism arbeiten. Ich habe das vorhin ja auch nur als Beispiel gesagt, was da gerade so passiert, dass da kein Aufschrei ist. Aber wir wissen ja alle, dass bei der Hamas kein rechtsstaatliches Verfahren vorhanden ist. Das heißt auch lange nicht, dass Israel oder ein anderer Staat das auch ablegen muss. Das tun sie ja auch zum Glück nicht. Der Hamas oder dem palästinensisch-islamischen Dschihad angehören. Raus! Wie viele Leute bleiben dann noch übrig? Wir scrollen runter. Wir sehen, es sind 223 Einträge, die noch übrig bleiben. Also von den 300 Inhaftierten... Ja gut, er hat jetzt die DFLP nicht rausgenommen. Schade. ...gibt, wo der größte Teil sogar minderjährig ist, sind nur 77 diesen Organisationen zuzuschreiben und 223 nicht oder... Nein, nein. Ist nachgewiesen, dass hier Mitgliedschaft ist. Da ist es nachgewiesen. Das ist aber auch egal. Da muss man auf die Straftaten schauen. Weiß man es nicht. Okay. Ich habe mir jetzt angeguckt, was diese 223, die eben nicht zu Hamas oder zu einer Terrororganisation gehören sollen, wie alt die sind. Und besonders interessant ist für mich natürlich das Alter bei Verhaftung. Also habe ich es hier sortiert. 14 Jahre, 14 Jahre, 14 Jahre, 14 Jahre, 14 Jahre, 15, 15, 15. Okay. Das sind relativ wenig junge Leute. Das ist relativ wenig. Also in Deutschland sitzen, glaube ich, über 2000 Menschen in Jugendhaft. Davon sind aber nicht alle, natürlich alle nicht minderjährig. Wir haben relativ, wir haben, ich glaube, wir haben in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele 14-Jährige in Deutschland in Haft sitzen. Wahrscheinlich, ich glaube, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich schätze es einfach nur, nicht mehr als 10. Nicht mehr als 10. Ich glaube es einfach nicht. Also vielleicht habe ich Unrecht, aber ich glaube nicht, dass mehr drin sitzen. Aber wir sind auch nicht in einem Kriegsgebiet und wir haben auch nicht mit Terrorismus zu kämpfen. Und Military Court, okay, Angriff auf Militär. Gut. Dann ist übrigens interessant, wenn es dann Zivilgerichte ist, dann musst du, dann musst du hier sehen, Zivilgericht, gehen wir hier drauf, Zivilgericht, Zivilgericht, Zivil, Zivil, das sind alles Angriffe auf Zivilisten dann. Nur wo Militär steht, ist Militär verbunden mit dabei. Das hier sind also reine zivile Geschichten. Das ist ein, also wenn sie um Steine werfen auf zum Beispiel betende Juden, dann ist das Zivilgericht zuständig. Wir gucken uns an, wer war mit. Hier schreibt jemand, 2007 sitzen in Jugendstrafvollzug. Ja, Jugendstrafvollzug bedeutet aber nicht, dass du Jugendlicher bist und du kannst auch 21 sein oder sowas oder 20 oder 19. Wenn du nach Jugendstrafrecht verurteilt bist und du noch in dem Alter bist. Wir haben ja das Erwachsenenstrafrecht garantiert erst bei 21. Minderjährig zum Zeitpunkt der Verhaftung. Wie viele? Und alleine hier haben wir schon 92 Einträge, die minderjährig waren. Unter 18 sind bei uns 269 aktuell. Ja. Dann liege ich vielleicht mit meiner Schätzung vielleicht zu niedrig bei den 14-Jährigen, aber ich glaube auch nicht, dass es mehr als 20 sind. Also niemals. Aber ich finde, das ist auch relativ wenig in Israel. Das hier ist über, ich habe mich natürlich informiert, wie viel wirklich in Israel Minderjährige in Haft sitzen und es sind, ich glaube, irgendetwas um die um die 160 oder sowas waren es, waren es teils, ich muss noch mal genau schauen oder waren das also richtig in dem niedrigen Alter. Das sind auf jeden Fall, ist diese Liste ziemlich deckungsgleich mit den Gesamtpersonen im jugendlichen Alter. Es sind so viele Sitzen nämlich gar nicht in Israel in Haft. Aber ich wollte eigentlich ein Video über Maestro's Video machen und jetzt haben wir uns spontan entschieden, doch so drauf zu reagieren. Deswegen habe ich die ganzen Informationen noch nicht alle rausgesucht. waren zum Zeitpunkt der Verhaftung. Und hier unten haben wir noch welche, wo kann er... Macht er so eine Statistik auch mal für die Türkei? Ja, wäre auch mal interessant. Enke, Lados, Dankeschön. Aber die Türkei ist ein Unrechtsstaat im Vergleich zu Israel. Natürlich. Die Türkei hat kein rechtsstaatliches Verfahren. Daher auch nicht vergleichbar. Alter angezeigt werden kann, weil hier Daten in der Tabelle fehlen. Zum Glück sieht man aber, warte, welche Zahl waren wir? Hier 267. Zum Glück sieht man aber am Anfang das Alter. Das wird mitgeliefert. Okay, hier. Das heißt, wir müssen noch draufzählen. Das ist ja das aktuelle Alter. Natürlich, da die verhaftet sind und das aktuelle Alter minderjährig ist, waren die natürlich auch minderjährig zum Zeitpunkt der Verhaftung. Also müssen wir die hier alle noch mit reinzählen. Das sind nochmal 18. Also haben wir 110 Minderjährige von 223. Das sind 49,3 Prozent. Wo der Mittelwert übrigens bei 16 Jahren liegt. Das heißt 50 Prozent. Ja. 50 Prozent. Das ist deswegen sind ja auch 50 Prozent der Einwohner Gazas minderjährig. Und Israel will vor allem die Minderjährigen loswerden und nicht die krassen Straftäter. Der Verhafteten, die nicht zu irgendeiner Terrororganisation gehören sollen, die verhaftet worden sind, sind minderjährig. Nein, nein, nein. Meistens, das verstehst du nicht. Die, deren das nicht direkt nachgewiesen werden kann. Das ist, Israel ist ein Rechtsstaat. Das zählt die Unschuldsvermutung. Wenn, ich bin unschuldig, solange mir nicht das Gegenteil bewiesen wird. Und deswegen steht dort dann keine Angabe, weil man es ihnen nicht 100 Prozent nachweisen kann. Das weißt du aber auch, weil du ja auch Jura in deinem Studium hattest. Wie ist das Alter wichtig bei den Straftaten? Lebst du ganz einfach, weil es verschiedenes Strafrecht gibt. Und bei Kindern, Jugendlichen, also hier Jugendlichen, wird natürlich ein anderer Maßstab angesetzt. Wir haben ja auch bei uns Jugendstrafrecht, da kannst du ja auch nicht lebenslänglich in Haft gehen, wenn du jemanden ermordest. Aber wir gehen weiter. Wir sagen jetzt sogar, wir nehmen die, die richtig verurteilt worden sind, raus. Also die, die tatsächlich ein Verfahren bekommen. Ja, andere sind in U-Haft befindliche. Ja. Und natürlich lässt Israel besonders gerne die aus U-Haft raus, wo es um keine großen Sachen geht, weil sie wissen, da sparen wir uns das Verfahren und wir haben was einzutauschen. Intelligent. Das finde ich aber interessant, dass er das so unterteilt, weil es einen anderen Blickwinkel auf dieses ganze Verfahren gibt und ich habe, ich sah ja diesen Austausch sehr, sehr kritisch. Sehe ich ihn immer noch. Aber so finde ich ihn viel, viel besser als meine Meinung vorher, weil er es so oft halt um haben. Okay. Und bei dem Grund für die Verhaftung nehmen wir nur die, wir nehmen alles raus, wenn ihm nur die, die Steine geschmissen haben sollen. Dann haben wir immer noch 33 Minderjährige. 33, die in U-Haft befindlich waren. Trinkgeld von Sumione. 30. Dankeschön für das Anonyme. Ja, aber hier siehst du ja noch andere Sachen. Also hier reden wir auch noch von Waffen und Explosiv. Also ist halt dieser First Charge, Second Charge, Third Charge, heißt offensichtlich nicht, dass es in irgendeiner Weise die schwerwiegenden Sachen aufgelistet werden. Das hat er nur behauptet. Also hier siehst du Werfen von explosiven Sachen. Das sind also Molotow-Cocktails zum Beispiel. Jetzt müsste man schauen, bei welchem Gericht das ist. Wenn das ein Zivilgericht ist und du wirfst auf Zivilisten, zum Beispiel auf betende Juden oder sowas oder offensichtlich irgendwelche Leute auf Frauen und Kinder einen Molotow-Cocktail, natürlich landest du da erstmal im Gefängnis. Es können natürlich auch Feuerwerkskörper sein, ja. Können, kann alles mögliche sein. Explosives, aber Waffen. Crime related to terrorism. Ich finde, vor allem mehrfach, ich finde das beweist eher, dass es nicht nach der Schwere ist. Und das ist auch nur, die Mehrheit ist offensichtlich nur sehr kurz in Haft. Kinder, die nur Steine geschmissen. Das sind keine Kinder. Hier hat er noch einen 18-Jährigen drin. Hier sind 18-Jährige drin. Werft die 18-Jährigen nochmal raus. Das sind Erwachsene. Also wir kannst ein Drittel rausrechnen offensichtlich hier. Ein Drittel. Hier sind noch 16-Jährige dabei. Aber hier unten ist noch ein 18-Jähriger. Also ein Drittel kannst du schon mal rausstreichen. Die nicht verurteilt worden sind. Und ihr seht's hier. Nein, nein, die in Urhaft sind, ja. Und hier hast du die Verhaftung. Hier steht sogar Alter bei Verhaftung. Er hat und 19. Er hat hier, da seht ihr's, er hat hier nicht die Minderjährigen reingenommen. Er hat einen Fehler gemacht bei der Liste. Also er muss ein Drittel rausstreichen davon. 14, 15, 16 und jetzt stellt euch mal vor, zu Throwing Stones nehmen wir noch Miscellaneous mit rein, also Verschiedenes. Custody, Gewahrsam, State Security, also immer wenn die IDF dachte, das ist ne, dieses Kind ist ne Gefährdung für unseren Staat oder Verschiedenes oder wir nehmen es einfach mal in Gewahrsam, ist ja gar keine Begründung hier dabei. Was ist das denn für ein Charge? Gewahrsam, das ist, das ist ne Maßnahme, aber das ist doch, das ist doch keine Anklage oder so. Ne, wenn wir die noch mit reinnehmen, dann haben wir hier auf dieser Liste nicht mehr 33, sondern wir haben hier auf dieser Liste schon... Ja, wunderbar. Und hier hast du 24, 50 Jahre alt, du hast, jetzt hast du wieder, jetzt hast du die ganzen Volljährigen reingenommen. Großartig. 72, Kinder und Jugendliche. Nein, wo denn? Wie kommt denn der auf 72? in der Liste das sind doch alle 24, 50 Jahre. Wie soll ein 50-Jähriger? Er hat falsch gefiltert. Gott. Boah, ich hätte doch ein Video drüber machen können. Ach, egal. Scheiß auf die Klicks ist sowieso... Aber er hat falsch gefiltert. Die Zahl stimmt halt nicht. Er hat jetzt die ganzen Erwachsene mit reingenommen. 33, sondern wir haben hier auf dieser Liste schon 72 Kinder und Jugendliche. Ich habe jetzt alle Filter gerade rausgenommen. Die insgesamte Zahl der Minderjährigen, die sich gerade bei denen in Gewahrsam befinden. nur innerhalb dieser 300 Leute. Also es gibt ja viel mehr. Aber nur innerhalb dieser 300 Personenliste ist hier schon bei 115 plus die, wo man die Werte nicht völlig erfassen kann. Genau. Und jetzt hat er mit 115 hat er jetzt also nicht nur, jetzt hat er alles wieder rausgenommen. Er sagt also jetzt nicht, es geht hier nicht um Gewahrsam, sondern es geht auch um die Verurteilten. Hier sieht man nämlich auch hier P.I.J., das ist der islamische Dschihad. Hier Hamas, P.I.J. Das hier sind Mitgliedschaften in Terrorgruppen. Haben wir hier nochmal 24. Das heißt 115 plus 24. 139 der 300 Inhaftierten sind minderjährig. Also 46,33%. Ja. Ja. Das ist normal. Wo ist das Problem? Wir machen eine neue Spalte heute. Wir haben den 24.11.2023. Das fügen wir bei der ganzen Liste ein. Wir machen einen neuen Reiter Haftdauer. Machen heute Minus Tag des Arrestes. Ich beneide ihn ja darum, dass er mit Excel einigermaßen umgehen kann. Ich hasse Excel. Er hat aber offensichtlich Fehler gemacht beim Filtern. Aber dass er das zumindest hinkriegt, Excel war für mich etwas, was ich immer abgelehnt habe. Ich hasse diese Software. Ja und er denkt, minderjährig gleich unschuldig ist halt Unsinn. Frag Carsten Stahl. Das ist geteilt durch 364. 65, dachte ich, ist aber auch egal. Und formatieren das Ganze auf zwei Dezimalstellen. Dann sehen wir, 14 Jahre und ist schon seit über einem halben Jahr in Haft. Ja, weil er verurteilt ist. Genau, er wurde verurteilt. Das sind alles hier. Übrigens, das hier ist alles. Ihr seht es hier an der Seite. Diese Leute sind nicht in Urhaft, sondern sie sind ordentlich bei einem Tier. Der hier mit 0,71. Das sieht man hier an der Seite. Das seht ihr nicht. So, jetzt zeige ich es euch. Hier steht nämlich Court. Kein Tribunal. Das heißt Zivilgericht. Ubi Ketto, dankeschön. Nee, wer war das? Nein, ein Zu-Zu. Dankeschön. Er hat also Straftaten, der 14-Jährige hat Straftaten gegen Zivilisten unternommen. Und ist ordentlich verurteilt worden. Er vermischt das. Und die Leute begreifen es halt gerade überhaupt nicht. Und die Leute sitzen ansonsten relativ kurz. Halbes Jahr, oh, hier sind ein paar länger, anderthalb Jahre. Der hier sitzt, ich weiß nicht, drei Monate. Wir reden ja hier von zwölf Monaten, also bei 0,32 reden wir von vier Monate, vier Monate, vier Monate, ein halbes Jahr, sechs Monate. Und er ist ein bisschen länger. Er sitzt so acht oder achteinhalb Monate. die Meinung von Israelien, die er da reingeschrieben hat, ja, gut, es ist eine Beleidigung gegen, nein, es ist eine Beleidigung gegen, ich verstehe, warum es gelöscht worden ist. allgemein, ich würde, so die Aussage teile ich, wenn es um Antisemiten geht, ich kann das nicht einschätzen, weil Maestro ist glaube ich nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass er, ich glaube nicht, dass er es hasst, dass Juden nicht getotet werden können. So schätze ich ihn nicht ein. Ich glaube einfach, er ist fehlgeleitet. In die Gruppe werfe ich nicht rein. Es ging gerade um eine Löschung, die ich gesehen habe, da habe ich kurz nachgedacht. Aber die Löschung war richtig. Bist du ja in Haft? 15, anderthalb Jahre in Haft. 16, anderthalb Jahre in Haft. 16, anderthalb Jahre in Haft. 16, anderthalb Jahre in Haft. Ja, das passiert. Wir haben, wir haben doch bei uns auch Minderjährige, die in Haft sitzen. Und manche auch 5, 6 Jahre. Ja. Ich kannte, ich kannte jemanden, der ist mittlerweile sehr erwachsen, der, der wurde als, äh, als, als Kind, der hat eine schlimme Kindheit gehabt, der hat seine Eltern umgebracht. Und der saß dann 10 Jahre in Haft. Bläme ich jetzt den Staat dafür, dass ein Mörder als Kind, Jugendlicher, also wir reden ja immer noch von Jugendlichen, in Haft geht für Mord? 16, zweieinhalb Jahre in Haft. Ja. Wer ist denn am längsten drin? Mit 20 Jahren rein, achteinhalb Jahre drin. 22. Ja, was hat er denn gemacht? Ich will mal gerne die Straftaten sehen. Jetzt schreien, achteinhalb Jahre drin. Mit 17 rein, acht Jahre drin. Hat den 18. Geburtstag im Knast verbracht. Oder hier, ja, es kommt vor, dass Leute 18. Geburtstag im Knast verbringen, dann sollen sie halt keine Verbrechen begehen. Also, ich kann Menschen noch nicht bemitleiden, oh, na gut, er hat die Frau abgestochen, aber mit 18 hat er seinen Geburtstag im Gefängnis. Seine Mutter kann ihn nicht besuchen. Was soll denn das? Was soll das denn? Ist doch unsachlich. 16 rein, zweieinhalb Jahre drin. Wurde verurteilt. Ne, lustig, wurde nicht mal verurteilt. Das ist interessant. Das ist interessant, dass wir so lange Urhaft haben. Das ist der einzig interessante Punkt. Aber es geht natürlich, dass man die Urhaft verlängert. Wird dann angerechnet auf die Haft. Aber stell dir mal vor, imagine, du gehst mit 16 Jahren in den Knast, bist zweieinhalb Jahre drin, wurdest nicht mal verurteilt. Aber er ist Mitglied in der Terrorgruppe, der DFLP. Hat er übrigens hier nicht gezeigt. Offizielles Mitglied, so, die sind hier, DFLP, Terrororganisation. Wurde es nicht mal verurteilt, was der Vorwurf hier? Throwing Stones. Nein. Ja, aber hier, er hat, er hat, er hat, explosive Sachen geworfen. Anscheinend Molotow-Cocktails auf Menschen. Hier, diese ganzen Leute, wo er sagt, oh, der ist schon seit acht Jahren in Haft. Versucht der Totschlag. Enkelados, Dankeschön, versuchter Totschlag, versuchter Totschlag, versuchter Totschlag, versuchter Totschlag. Das sind Leute, die auf Menschen mit Messern eingestochen haben. Und deswegen verstehe ich jetzt auch, warum Leute mit versuchten Totschlag, einige rauskommen, weil ihre Haftzeit abläuft. Nach acht Jahren. Also in Deutschland, versuchter Totschlag, es ist eine harte Strafe. Und wenn man danach acht, also acht Jahre ist schon, ist schon eine lange Haft, für versuchten Totschlag. Deutschland kriegst du dafür vier Jahre vielleicht. Aber ich finde es extrem manipulativ, wie ihr hier sein Video macht. Ich finde es nicht korrekt. Security, throwing explosives, yes, nice, keine Verurteilung. Einfach mal mit 16 reingegangen. Also egal wie du es drehst und wendest, am Ende kommst du nicht drum rum, dass Israel, illegalerweise, ohne irgendeine Verurteilung, Das ist nicht illegal, das ist legal. Wir haben doch in Deutschland, ist in Deutschland U-Haft illegal? In Deutschland sitzen, sitzen hunderte Menschen ohne Verurteilung in Haft. Nennt sich Untersuchungshaft. Ohne ein Strafverfahren. Doch, das Strafverfahren läuft. Wie kommt er jetzt auf die Idee, dass es kein Strafverfahren gibt? Einfach Kinder festhält? Es ist kein, es ist ein 18-Jähriger und 16, das sind Jugendliche, es sind keine Kinder. Ey, was? Das, sorry, einfach, das geht nicht. Attila, das geht nicht. Das, das geht wirklich nicht. So kannst du ein Video nicht machen. Das sind Fake News, die du da erzählst. Das ist Manipulation, das ist Framing, das ist einfach unanständig. Also, ich schau mir übrigens, ich hol mir mal die, ich hol mir, die genauen Vorwürfe, würde ich mir mal holen, aus Interesse heraus. Kann man mal ein paar Beispiele nehmen, was die Leute so gemacht haben, weswegen sie acht Jahre in Haft saßen. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Videoaufnahmen. Ich habe einige gesehen, wo dann ein Messer rausgeholt wird oder wo Leute eine Waffe ziehen und einfach auf Zivilisten schießen. Soll ich die jetzt bemitleiden, dass sie ihren Geburtstag im Knast verbringen? Ernsthaft? Weil sie Steine geschmissen haben sollen? Nein, weil sie versucht haben, Menschen abzuschlachten. Stell dir mal vor, das wäre in Deutschland so, dass 14-Jährige, 15-Jährige im Knast sitzen, ohne Anklage, ohne sonst was, weil sie einen Stein geschmissen haben sollen. Ja, haben wir auch. Wenn Leute zum Beispiel auf der Autobahn Steine runterwerfen, dann kriegst du nämlich eine Anklage wegen versuchtem Mord. nur so als Beispiel. Wenn du sagst, Steine sind nicht schlimm, es kommt immer darauf an, in welcher Form Steine geworfen werden. Oder wenn zum Beispiel Steine oben vom Tempelberg runter auf betende Juden an der Klagemauer geworfen werden. Das sind 10 Meter, die da runtergehen. So ein Stein erschlägt dich. Haben wir ein schönes Beispiel aktuell. Da gab es, glaube ich, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt das war. Da haben Jugendliche so einen Einkaufswagen aus dem 30. Stock geworfen. Da wird nicht ermittelt wegen Sachbeschädigung. Da wird ermittelt wegen versuchten Mord. Das ist dann das Ermittlungsverfahren. Versuchter Mord. Das ist Deutschland. Und man nur so nebenbei, ich habe jetzt die Verurteilten rausgerechnet, aber die Verurteilten kannst du wieder reinpacken, weil auch wenn du einen Stein geschmissen hast und verurteilt worden bist, kannst du ja nicht 10, 15 Jahre dafür kassieren. Jetzt reicht es aber. Wir haben gesehen, dass Leute dort in 8 Jahren, maximal 8 Jahre saßen, weil sie versucht haben, jemanden abzustechen oder zu erschießen. Versuchter Totschlag. Und hier geht es ja um ein anderes Rechtssystem. Also bei uns wären manche dieser Straftaten versuchter Mord. Versuchte Tötung, können wir eher sagen. Versuchte Tötung. Und er faselt was von 15 Jahren von Steinen. Ist doch Unsinn. Stimmt doch gar nicht. Die Tabelle sagt doch genau das Gegenteil. Das sind Jugendliche. Ja. Hey, bitte nicht die UN-Definition. Dann muss man sagen, in Deutschland sitzen Kinder in Haft. Ja. Ja. Wie in Deutschland definieren wir doch anders. Warte mal. Sorry, man sieht sein Video nicht. Ich muss hier. Ich, ich, er hat, er kommt mit der UN. Hier. Sitzen. Ohne Angst, wenn du in Stein geschmissen aus dem Verurteilt worden bist, kannst du ja nicht 10, 15 Jahre dafür kassieren. Das habt ihr wahrscheinlich noch gesehen, dass es Quatsch ist, was er hier erzählt. Das sind Kinder. Und für die, die jetzt sagen, nee. Genau. Ich nehme die deutsche Definition und so wie wir deutsche Kinder verstehen. In Deutschland versteht man unter Kind jemand, der noch nicht geschlechtsreif ist. Der unter 14 ist. Und deswegen ist es manipulativ, wenn man hier in Deutschland von Kind spricht. Dann sollte er von Minderjährigen sprechen. 16, 17, da sind ja schon fast Erwachsene. Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes könnt ihr alle nachlesen. Ich wusste, dass die UN-Definition kommt. Das ist einfach, das ist halt unsinnig. Sieht in Artikel 1 vor. Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwendende Rechten nicht früher eintritt. Das ist Manipulation und Framing. Das ist einfach unseriös. Das hat er doch eigentlich gar nicht nötig. Das heißt nach... Bei dem Thema schon, weil in dem Thema ist, kommt man halt nicht auf so ein Ergebnis, wenn man es seriös betrachtet. UN hält Israel illegalerweise Kinder legal, legalerweise, weil auch in Deutschland legal. Minderjährige ohne Anklage und ohne richterliche Überprüfung. Doch, es gibt Strafverfahren und in Deutschland sitzen auch übrigens auch Kinder. Neuerdings hatten wir solche Fälle, sitzen auch Kinder ohne Anklage in Urhaft, weil das Ermittlungsverfahren, das Strafverfahren noch läuft. Solche Wegen versucht Mord. Ohne sonst was fest über Jahre und die werden jetzt ausgetauscht. Okay? Und ich muss sagen, ich finde es unfassbar schrecklich, dass unschuldige Menschen, auch israelische Menschen, natürlich Also erst einmal, es ist doch gut, dass Israel nicht die Schwerverbrecher rauslässt, sondern die, die sie gehen lassen können. Natürlich vom 7. Oktober verschleppt worden sind. Also da gibt es kein Aber danach, gibt es nicht. Und ich finde es auch schrecklich, dass palästinensische Kinder festgehalten werden. Und dabei ist Nein, das ist, das gehört aber nicht zusammen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also das, das ist halt höchst unseriös, was er hier macht. Ist halt absolut unseriös. Er vergleicht Geiseln, unschuldige Menschen, die sich nicht zu Schulden kommen. Die einzige Sache, weswegen sie als schuldig angesehen werden, ist, weil es Israelis oder weil es Juden sind. Die Straftat ist Jude. Und er kommt da an mit Leuten, die versucht haben, Menschen abzustechen, die auf Frauen und Kinder eingestochen haben. Er vermischt Straftäter mit wirklichen Kindern, Babys auch. Blake, danke. Egal, wenn jemand hier sagt, ja okay, aber die wurden ja von Polizei festgenommen oder so. Wer gibt die Legitimation? Die Legitimation kann nur ein Rechtssystem geben. In diesem Fall liegt das aber nicht vor. Doch, natürlich, ist es ja vorhanden. Ja. Selbst wenn es ein Land gäbe, wo das Rechtssystem vorsieht, dass wenn ein Kind 13, 14, 15 Jahre alt, wenn er es mit einem Stein schmeißt, in einem Konflikt, was 75 Jahre andauert. In Deutschland zum Beispiel wäre das Kind, was er da sagt, dieser Jugendliche wäre festgenommen worden. Ja. Das, in Deutschland wäre er festgenommen worden. Erstmal natürlich zur Feststellung der Person. und er, sonst könnte er ja hier in, hier in, in Samaria und Judäa kann er untertauchen. Das will man dadurch verhindern. In Deutschland gibt es, wäre das die Fluchtgefahr für die U-Haft. Die ist natürlich nicht gegeben in den solchen Fällen. Aber er relativiert es, er relativiert Straftaten und auch teils Verbrechen. Dass man das Kind in Gefängnis steckt, über Monate, Jahre vielleicht? Nein. nichts mit Jahren. Die Tabelle sagt ja genau das Gegenteil. Wir reden ja hier von U-Haft, von, bei, von, von vielleicht Wochen, wenn es um Steine geht. Dass das Kind nie wieder Tageslicht sieht? Also diese, dass man das Kind nie wieder Tages, die kommen doch nicht in eine mittelalterliche Zelle, wo es kein Licht gibt. Es tut so weh, es sieht nie wieder Tageslicht. Er hat, er wird sein Geburtstag im Gefängnis verbringen. Was hat er denn gemacht? Ja, er hat, er hat versucht, eine Mutter, eine Schwangere und ihr Baby abzustechen. Er wird nie wieder Tageslicht sehen. Wir sind hier nicht in der Türkei oder in Katar oder Saudi-Arabien und es ist auch nicht Mittelalter, wo er in Tower von London gesperrt wird. Übrigens landet da nur die edlen Leute. Dieses Land kann nicht richtig liegen. Ganz einfach. Und das wollte ich mit euch in diesem Video mir angucken. Hier nochmal ein paar Tabellen und Statistiken zum Abschluss. Das sind die Vorwürfe, die gemacht worden sind. Ist doch schön. Es ist mir ganz interessant, dass Israel das auch alles so offen legt. Es ist ja alles von Israel ganz offen gelegt. Die bösen, bösen Juden legen alles offen. Okay, hier sehen wir 10% nur Steinewerfer. Crime related to Terrorismus. Waffeneinsatz. Ein Viertel fast. Interessant. Shooting. Auf Menschen schießen. 3,3. Sogar Leute, die auf Menschen schießen mit Pistolen. Interessant. Sprüfe, die gemacht worden sind. Wenn wir hier runter scrollen. So. Weibliche. Eine. Es gibt nur eine einzige Minderjährige darunter. Übrigens, diese einzige Minderjährige, die haben wir in der Liste gesehen. Ich verlinke sie auch. sitzt in Haft, weil sie versucht hat, jemanden abzustechen. Die ist mit dem Messer auf Menschen eingestochen. Die Erhame wird nie wieder Tageslicht sehen. Scrollen. sehen wir die weiblichen und die männlichen Gefangenen nach Alter sortiert. Und da siehst du hier 14, 15, 16, 17 und Ja, die 18 sind ja uninteressant. Die sind ja volljährig. Wir reden jetzt hier also hier von den 16, 17-Jährigen und da sind schon schwerwiegende Straftaten dabei. Natürlich viele 18-Jährige. Die habe ich gerade komplett außer Acht gelassen. Nee, hast du nicht. Du hast sie reingezählt. Deswegen, wir haben es ja gesehen, dass du bei der Tabelle einen Fehler gemacht hast. Du hast ja auch die 50- und 60-Jährigen außer, nee, 45-Jährigen und 50-Jährigen außerdem mit reingenommen, weil du einen Fehler gemacht hast. Aber geschenkt. Wisst ihr, was für ein großer Anteil, ich zeige euch das nochmal, 14, 15, 16, okay. Und hier irgendwann beginnt 18. Guckt euch das mal bitte an. Wie lange die Liste geht. Wenn wir mal sagen, 20 und jünger. Wie viele haben wir? 20 und jünger? 226 von den 300 sind 20 oder jünger. Ja, und? Also das kann nicht wahr sein. Das kann wirklich nicht wahr sein. Ja, es ist ein Skandal, dass die Hamas Kindersoldaten nimmt und dass Kinder und Jugendliche schon so indoktriniert werden. Das ist der eigentliche Skandal. Ich meine, ich habe das Video, ich werde es dann verlinken oder vielleicht am gleichen Tag bringen, das Kinderfernsehen, das Hamas-Fernsehen, Al-Quds-TV. Wir haben es uns angesehen, lieber Attila. Da siehst du, wo das herkommt. Da erzählen 5- und 6- und 7-jährige Kinder, echte Kinder, dass ihr Traumziel sei, Märtyrer zu sein, zu sterben und vorher viele Juden zu töten. Die Mickey Mouse, die heißt Farfun, so ein Mistvieh, nee, Fafur heißt genau, Fafur und so eine Biene erzählt den Kindern, dass man Juden umbringen muss. Yahudi. In dieser Stimmlage. Yahudi. Es ist also nicht die Schuld von Israel. Wahr sein. Ich finde, man muss irgendwo die Balance finden. Und die Balance hat Israel gefunden und jetzt tauschen sie halt irrelevante Personen aus. An dieser Stelle ganz klar unsere Moral und unsere Menschlichkeit. Dass wir sagen, ist das hier zu kurz gekommen, wird gern die Moral genommen. Nein, aber es ist halt wirklich so, man kann, wir reden hier doch von Anstand und Menschlichkeit und dementsprechend ist halt Israel hier vollkommen recht. Also die Tabelle hat ja bewiesen, dass Attila hier Unrecht hat. Wir haben natürlich mal wieder Einzelfälle, die wir uns genau anschauen müssen. Ein, zwei. Wo ich sage, hm, ich weiß nicht so recht. Dafür weiß ich nicht genug. Aber wir reden hier von 95, 96 Prozent, wo wir sagen, ja, alles richtig. ...sagen, Kinder, Jugendliche sind zu schützen. Und wenn an dieser Stelle jetzt jemand sagt, ja gut, jemand, der mit Steinen schmeißt, ist kein... Nein, es sind doch nicht nur... Er sagt die ganze Zeit, es ist quasi nur Steine schmeißer. Genau, Kinder und Jugendliche sind zu schützen. Ich muss da unterbrechen. Das beinhaltet auch jüdische Kinder und jüdische Jugendliche. Die möchten nämlich nicht von einem großen Stein erschlagen werden oder am Kopf getroffen werden. Die wollen auch nicht von einem Messer durchbohrt werden oder vom Auto überfahren. Die möchten auch keinen Sprengsatz abbekommen. Kinder und Jugendliche sind zu schützen, Attila. Fangen wir doch mal bei den israelisch-jüdischen Kindern an. Ich habe genug tote Kinder gesehen, als ich in Israel war. Auch von Minderjährigen, die dort geschlachtet haben. Die sind alle mit rüber. Alt und jung. Hamas und nicht Hamas. Also jetzt immer zu sagen, das Problem ist nur Hamas. Nein, wir haben doch gesehen, was auf den Straßen los war und wer auch rübergegangen ist durch die Zäune. Das waren doch auch viele Zivilisten. Und das war ja auch dann auch Teil des Problems, dass auch heute man nicht weiß, wo manche Geiseln sind, weil auch Zivilisten Kinder entführt haben. Mach das gerne mal als Thema. Für mich kein Unschuldiger ist, kein Zivilist. Was würdest du tun, wenn du vielleicht um dein Leben fürchtest? Dieser Konflikt hält lange an. Genau. Richtig. Was würdest du tun? Was würdest du als Jude tun, wenn du um dein Leben fürchtest? Natürlich wirst du Straftäter inhaftieren. Genau. Was dort abgeht und wir haben gerade auch den Bericht gesehen von Amnesty International und von vielen anderen Menschenrechtsorganisationen, wird das genauso auch berichtet, dass Menschen auch wahllos verhaftet werden. Ganz, 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 ganz viele. Nein, es wird behauptet. Es wird behauptet, aber da gibt es keine Belege. Wir reden auch nicht von von systematisch, sondern von Einzelfällen. Die gibt es übrigens auch in Deutschland. Wenn wir zum Beispiel die Polizei Rosenheim mal anschauen, was da so vorgefallen ist. Könnt ihr auch gerne googeln, was da für Skandale vorgefallen sind in dieser Polizeidienststelle. Das ist aber nicht die Polizei. Die Mehrheit oder die quasi alle Polizisten in Deutschland sind, das sind anständige Leute. Die machen einen guten Job und ich kann doch nicht durch Einzelfälle auf die ganze Polizei schließen. Macht er aber. Und diese 300, die auf diese Liste gekommen sind, sind ja nicht alle. Wisst ihr, wie viele Leute auf dieser Liste überhaupt stehen insgesamt? Also es ist wirklich schockierend. Es ist wirklich schockierend. Es ist schockierend, was für Leute da noch freigelassen werden. Bei manchen würde ich sagen, lasst sie noch drin. Das sind Dinge, über die wir sprechen müssen. Das sind Dinge, die ihr wissen müsst. Ihr müsst die Augen aufmachen dürfen und können und euch fragen bei dieser Liste, bei dieser Übereinkunft. Natürlich ist es schön, dass diese Menschen jetzt freikommen, aber man muss sich fragen, warum wussten wir vorher nicht, dass diese Menschen überhaupt festgehalten werden? Doch, wussten wir, weil es in der Zeitung steht. Ich habe die Namen gegoogelt aus der Liste und die große Mehrheit standen in der Zeitung und da wurden die Straftaten genau erklärt. Es sind ja auch öffentliche Prozesse, lieber Attila. Warum werden Kinder festgehalten? Warum? Jugendliche. Ist das richtig? Ist das menschlich? Ist das moralisch richtig? Genau, auch in unserem Rechtssystem. Schau unser Rechtssystem an. Ich muss da da und wieder unterbrechen. Also Attila, du hast ja auch ein Eid auf unseren Staat abgelegt. Also als Beamter. Und das ist Teil unserer Rechtsordnung. Dann müsstest du ja unsere Rechtsordnung ablehnen. Und ich finde, wir haben ein nicht perfektes, also ich bin ja selbst ein gebranntes Kind. Wir haben nicht kein perfektes Rechtssystem, aber wir haben aber im Vergleich zu den meisten Staaten der Welt ein ziemlich geiles Rechtssystem. Und wir haben einen ziemlich geilen Staat. Wir haben auch geile Institutionen. Es funktioniert in weiten Teilen ziemlich gut und auch besser als bei unseren direkten Nachbarn im europäischen Ausland. Für was ist der Finanzbeamter? Der hat studiert. Also es ist kein dummer Junge. Der hat etwas, der kann mit Zahlen umgehen. Das sind alles Sachen, die ich nicht mag. Also Zahlen, nicht Finanzbeamter. Die auch nicht. Das sind gravierende Fehler und auf die müssen wir hinweisen. Nein, er ist doch, na Leute, nicht raus. Er macht doch jetzt einen anderen Job. Er hatte das mal. Er ist nicht im aktiven Dienst. Das dürfte er gar nicht. Dann braucht er eine Genehmigung. Das ist Finanzbeamter. Das ist so, also ich könnte das nicht. Jetzt wirklich. Ich habe davor auch Respekt, wenn jemand, Alex, danke, danke für den Film. Sie haben davor Respekt, wenn jemand so einen Job macht. Ich würde, ich würde depressiv werden, definitiv. Wenn du, schau, du kommst um sieben, teils bist du um sieben Uhr morgens schon da und das, das erste, durch, das ist so, dieses, so Beamtenstuben, ich kann das nicht. Und ab elf Uhr begrüßt dich jeder mit Mahlzeit. Mahlzeit, ich, in dem Moment drehe ich durch. Wenn mich Menschen um elf Uhr morgens, das ist für mich, für die ist das schon mitten am Arbeitstag, mit Mahlzeit begrüßen, drehe ich durch. Ich kann das nicht. Ich kann das, das ist für mich, das ist die Vorhölle. Das ist Fegefeuer bei uns Katholiken. Oder auch das Stöhnen, wenn Leute dann in ihr Büro kommen und der Büronachbar ist da, ach, jetzt erst mal einen Kaffee, nicht mehr hochkommen, weil der Maul ist. Ach jetzt, aber wir schweifen ab. Digga, danke, Digga One, danke schön für den Zap. ...Menschlichkeit im Zuge dessen, was in unserer Brust schlägt, bei uns allen. Mit den Worten, lasst mir bitte Liebe in den Kommentaren da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr weiter unterstützt. Ihr habt in der Vergangenheit Bombe unterstützt. Ich bin darauf angewiesen. Das ist wichtig. Ich bin auch darauf angewiesen. Meine Videos werden demonetarisiert und sogar ab 18 geschaltet. Das ist ganz schrecklich. Deswegen, supportet sehr, sehr gerne. Und wer nicht supporten kann, verteilt dann auch gerne meine Videos. Lasst Like da, kommentiert und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich erwarte nicht, ähm, doch, ich erwarte schon von den meisten, nein, ich erwarte nicht von euch, dass da finanzielle Zuwendungen kommen. Ich freue mich über die Reichweite. Danke, Peter Pan, für den Prime Sub. Das soll ich kostenlos. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Was auf seinem Pullover steht, weiß ich nicht. Mit Sicherheit irgendwas arabisch Nettes. Nicht, da steht nichts Böses. Das war wieder anstrengend. Wirklich, eine Stunde. Ich habe ein 14 Minuten Video, eine Stunde reagiert. Krass.